Die Versammlung wurde aufgelöst von der Polizei. Was haben wir gesagt? Was haben wir vorhin gesagt? Wir haben gesagt, wir kommen nach Berlin um zu bleiben. Haben wir das gesagt? Man versucht jetzt, uns auseinander zu dividieren und die kleine Gruppe zu zerteilen. Bleibt zusammen, denn wir sind gekommen um zu bleiben. Und wenn es sein muss, blockieren wir diese ganze verdammte Stadt, so lange, bis sie der Glauben zurückgetreten ist. Und deswegen biete ich euch alle, setzt euch hin. Wer Durst hat, geben die Geschäfte recht zu lügen. Kauft euch einkauft, was zu trinken, was zu essen. Wir haben hier vorne Schlafsäcker und Zelte. Wir bleiben hier, bis wir unsere Freiheit zurückhaben. Und so lange, verkürzen wir Berlin. Berlin, Berlin, wir sind hier und es ist kaum zu bleiben. Wir sind friedlich und wir bleiben. Und keiner soll friedlich mit Schwach verwechseln. Setzt euch bitte hin. Gebt die Infanter-Renten durch. Gebt die Infanter-Renten durch. Wir machen hier einen Sitzstreik, bis wir zu unserem Rechten kommen sehen. Denn was hier passiert, ist rechtswidrig. Und das lasst uns nicht mehr länger gefallen. Das ist vorbei. Wir sind das Volk, wir sind das Souverän. Und wir bestimmen, was hier passiert. Und deswegen bleiben wir hier. Blockieren Berlin. Setzt euch hin, bis wir unsere Freiheit wiederhaben. Schließt euch an!